Oh, ich stelle es wieder da. Da muss ich ein bisschen der Gläckchen rausgefahren. Genau, das hilft bestimmt der Gläckchen. Der Spiegel muss schon... Du hast mir meinen Spiegel kaputt gefahren. Du bist gerade dabei, ja. Ich würde jetzt noch versuchen runter zu kommen, weil du schon auf die Rucksfahrten hast. Das sind die Schlange, also an der Gruppe. Ich hoffe, dass ich... Ich schätze mal. Ich weiß, wie ich das hier so licht. Das ist einец. Das ist ein kleineres Elf. Das ist ein kleineres Elf. Man muss mich nur lachen. Dein Bumper ist vorne. Ich kann über die Motorhaube fahren. Ich habe da kein Problem. Ne, ich habe Angst. Wird es zu schien, dann machen wir die halt. Die sind halt aus Alu oder aus, keine Ahnung. Das sieht man natürlich nicht rüber. Ne, das ist schlecht. Das war's, du schon klasse. Der ist gut, oder? Der ist gut, oder? Guck mal da noch ein bisschen. Bleib wieder mal weiter. Mach wieder runter, sagt der. Oh, stopp. Eif. Geh auch. Geh auch. So, wer von euch zwei hat jetzt einen Fahrt gelassen? Boah, hab dich anspannen. Geh, bleib da stehen. Keine Fahrt, das ist ferngesteuert. Kaiwin, du machst die ganze Strecke kaputt. Ja. Du Schäfchen. Na gut. Hat nicht geklappt. Ich habe gerade die Tür hier. Das ist zu planieren. Au, was. Gehört. Ja. Lenken dabei, lenken. Lenken. Immer noch ein bisschen. Ja. 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 Da hat er noch ein bisschen. Ja. 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 Weidet ihr das schon mal so ein bisschen? Wir wollen hier noch Fleisch futtern, wir brauchen aber kein Blei in den Rädern. Ich brauche mal kurz den Stups von dir. Ich will da ein bisschen Stups machen. Nee, 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 nee. Nein, Ronja, du auch. Ja, Ronja, ab. Ich bin aber gut im Stups. Ich bin ja bei dir, Werder, mach alles, was geht. Du hast den ganzen Dreck in der Karre. Ich geh da gar nicht hin. Wie viel Blei in der Karre? Schieb auch mal. Passt doch, oder? Schieb doch mal. Das war's. Ich hab dieses Ding da gemessen. Das war's. Das war's. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2017 Schieß doch mal! Was ist los Hund? Bisschen fertig? Oh! Erste Bruch! Schieß doch mal! Aber nicht bei dem Korn! Der Stein da rechts ist jetzt! Guck mal! Tiefer gelesen! Die ist fast so für die Siebensicht! Komm, die sind doch fertig! Ja, im Gegensatz zu dem kleinen Hut, der war uns drauf, das ist schlecht! Ja, aber richtig Strom! Das ist Erdkopf! Ja, warum das nicht? Das ist eine Herzdruckfahne! Da ist dein Auto! Ja, ich brauche guck, ob ich die auch abziehe! Wir haben den Tiefen auch abzieht! Ja! 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 Das ist gerade der Nachteil bei dem, ne? Das ist ein bisschen einiges als Ziel, die Linken haben auch noch Ziel. Ist das von diesem GCM-Raising oder wie das heißt, wo auch jetzt das 30 für den 2. J. Colby das heißt? Das heißt, das ist einer der hat das Privatschgesetz. Der hat das Die Sender sind in der Nähe von der Trennungsrunde. Die Sender sind in der Nähe von der Trennungsrunde. Sieht doch gut aus. Da kommen wir drüber. Ein bisschen Abenteuer muss sein. Der Kreis kann sein Begriffen auf dem Heife. Das kann passieren. Nicht zu viel Gewicht. Das funktioniert so. Die Herausforderung. Ich habe die versprochen. Das funktioniert so. Ich habe die versprochen. Gnettet. Das kann nicht funktionieren. Die in die Nähe von der Trennungsrunde bouleines Reifen mit dem Heife. Das sieht so aus. Wie ist das so? Boah, alter Schwede hier. Da musst du aber Hölle aufpassen. Aktion und die Steine. Eine riesen Freifläche und ein Stein in der Mitte. Aktion und die Steine. Eine riesen Freifläche und ein Stein in der Mitte. Oh Mann! Saus! Halt mal wieder auf die Hucke aus. Steine? Ja. Jetzt bin ich so nichts zu ersetzen, außer noch mehr zu stellen. Das kannst du mal für ein paar Szenen machen, aber sonst ist es am besten, wenn du auf eine Höhe hängst. Ich habe mich aber dann meistens auch so an den Hang hingestellt mit der Kamera und die anderen habe ich schon in den Film. Das war schön, das war nicht schlecht. Die Dinger sind so schnell, das kannst du gar nicht begreifen, weil auf dem Video was passiert. Das kann ich auch nicht, ich kann nur schätzen. Das geht jetzt so nicht. Danny, fahr doch mal ein Stück vor. Ich kriege an der Krampf im Ballen. Die Dinger ist so sehr wichtig, das ist die Bärchen. Ich muss noch ein Stück. Ich bin der Schlüssel, der Fahrfahrzeuge hat. Ich bin der Riggi. Die Bärchen. Der Bärchen. Genau. Dann sind die Jensermann. Hast du nicht aufgeladen? Da sind da all die Mignons drin. Ich hab acht im Auto. Ja, ja, das macht er aber trotzdem ganz gut. Volle Felgen, Abdruck im Sand da. Ich hab doch jetzt den Hang weg gemacht. Ich hab auch eine andere Linie genommen. Ja, genau. Du darfst mit dem Hintergrund. Ja, eben. Dann ist das mit der Startbeutel so. Oh, da kommt der mit seinem Potzkocher. Ja, und da würdest du mich verarschen, oder was? Benni, mit Ablassen steckt er hier. Ich schläft daher gut. Ja. Ich hab mich befallen. Ich hab gar nicht da drauf. Ja, verreg mal. Das ist ein Stückchen, aber wie ein Steinchen runtergefallen. Untersetzung. Benni, ich werf dir ein bisschen Gripholz zu. Dankeschön. Gott sei Dank. Entgript's noch. Kai? Nein. Komm, Ronja. Benni, nur mal so eine Frage. Fahren wir jetzt unten weiter oder oben? Nein. Nicht bremsen. Mann, das Ding hat einen Schwerpunkt. Was? Wart ihr auf? Das grüne Auto wird lustiger sein. Ja. Vorsicht. Wart ihr macht mal so schnell? Boah! Wart ihr so schnell? Wart ihr? Aiiiii. Aber alle sind auf Seite gesprungen. Ich glaub ich bin ein bisschen unsgehrlich hier, aber... Ja, bleib doch ruhig stehen. Ach so. Oh, guck mal da hinten! Ist ja geil. Ja, das Halt gibt so sehr nach. Hätte aber geklappt jetzt, wenn er nicht nachgegeben hätte. Ah, bis auf der Stein rutscht. Wenn gleich das kommt da drauf und dann... Da drüben der Stein rutscht. Warte mal, hast du die? Ja, ich hab... Boah, da ist ein Gewicht. Jetzt hier arbeiten schön, ey. Muss ich auf der Kante keifen. Geh mal ein bisschen von der Kante weg. Nicht, dass wir dich da unten raus wühlen müssen. Guck unten drunter her. Ist viel besser zu gucken. Glaubst du mir nicht. Sowieso nicht. Aus Prinzip. Weißt du doch. Passt. Niemeyer. Na, fast. Und noch jemand... Da ist halt ich zu ihm wieder gegen. Oh, du... Da fehlt mir einfach ein bisschen Kontrolle über die Lenkung an der Kiste. Jawoll. Ja. Das sind da weiter. Genau so wie die. Haben schon welche geschafft? Ja. Na ja, einer. Der andere. Mit sehr viel Optimismus. Ja. Du musst lenken. Du musst trotzdem mit dem Fahrrad raus. Ja, hier ist es halt. In hinten sitzt es. Jetzt sitzt es auf, ja. Da bräuchte es einfach zwei Heringe reinhauen. Dann kannst du da drüber fahren. Das wollte ich mit den Stöcken machen. Aber die sind alle so weich. Die kriegst du auch den Boden. Hier kriegst du ja nichts. Das sind ja nur diese komischen Gräser, die hier wachsen. Ja. 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 Ja.